Komm, wir spielen TTT, das tut meinen Gegnern weh, wir spielen Trouble in Terrorist Town, ich wünsch euch ganz viel Spaß beim Matchen. Es gibt extra Ex. Und er hat geschrieben, findet Stadt, hat er Stadt mit DT geschrieben, Alter, der Typ, ihr killt mich noch. Es ist Absicht, dass im Mod-Deal, das heißt, jetzt mit ein gewisses Würzung steht. Ja, jetzt mit ein gewisses Würzung. Größe Zungen würden behaupten, dass das was bleibt. Mit ein gewisses... Das ist das, die legendäre Map von uns, äh, neu alten Zmied. Bei welcher Folge war das nochmal von Mario Kart? Mit ein, ein gewisse, mit eine gewisse Würzung. Ich werde angeschossen. Oh, scheiße, die, das ist halt auch geil. Eine gewisse Würzung. Ich werde angeschossen. Ah, lol, ja. Okay, warte, was weißt du, kommt von da. Das war's. Moment, was? Äh, das war's, das Auto. Davon hab ich gehört. Stecklose ist tot. Natürlich. Wie ist denn Stecklose gestorben? Ja. Warte. Ist er ausgerutscht? Durch tot. Ähm, Diegel. Die alle sterben. Seid mal ganz los leise. Okay, das hat sich gerade angehört, als wäre es der Tier. Ich bin Detective, ruf mich zu der Leiche. Achso, nee. Die ist hier oben, warte, ich kann nicht hier hin. Call Detective, ich hab's gemacht. So. Hier, Enkel. Ach, die ist eine Fensterscheibe. Da war eine Turtle. Ja, da war eine Turtle. Oh, eine Turtle, die nie wiederbischt hat. Gibt's sowas noch im Spiel? Äh, ja. Sehr selten. Ach, da wird's ja geschossen. Wer schießt da mit der Diegel? Ja. Ja, ich hab da auch jemanden schießen. Wer schießt da mit der Diegel? Ja. Ich hab den Namen nicht lesen können. Ja, aus dem Weg. Ich bin Arzt. Ich hab nur bestätigt, dass da jemand geschossen hat. Aus dem Weg. Ich bin Arzt. Was ist ein Arzt? Kannst du den jetzt wiederbeleben? So, der Wut von Julian. Okay, ich bin ein Trick. Dr. Psychotrickser. Äh, würde ich mir lieber die Spritze in den Arm rammen. Oh, Jenny ist wieder tot. Oh Gott, das war ne Jumper, ey. Jenny, hättest du mich zu der Leiche gerufen, wäre das alles nicht passiert. Sie... Sie hat doch nicht bei neun Spielern. Bei neun sind zwei ja wohl in Ordnung. Zockerfühl, klebst du noch? Eigentlich bräuchten wir fünf. Also ich hatte Backstein gesehen. Backstein und... Achso, Psychologie. Ich war aber grad die Runde AFK, weil ich grad was Wichtiges klären musste. Achso. Oh Gott. Alter, hier fliegt so ne Melonenheit mir vorbei und ich wollt grad einen Backstein rufen, aber das... Achso, das ist eine Rollende, sogar. Das... Ja, das... 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 Ich war... Was ist das? Wer ist allein? Ich wär jetzt nicht... Nein! Geh weg! Da. Geh doch. Boah, ich hatte Backstein, ne? Ich hatte fast einen... Ich hatte dich fast als Traitor-Konferen. Jetzt kannst du noch weiter an dein Traitor-Leben führen. Geil. Kannst ja noch versuchen, deinen Traitor-Kollegen MeToo wiederzubeleben. Was ist denn das? Wenn du ihn erwähnst, dann sag bitte Backstein-LP19. Oh, wir haben nur Toten. Ist Korn gestorben? Das wär schon witzig. Der letzte Spieler, den er gesehen hat, war Backstein. Hast du ihn gehört? Ja, ich bin hier... Hier lang gegangen. Das beantwortet... Ja, guck doch erstmal, woran er gestorben ist. Ja, da steht... So wie Korn nachts ist er wahrscheinlich runtergefallen. Da steht, you cannot find a specific cause for this terrible thing. Wahrscheinlich ist er vom Auto überfahren worden, wo er hin ist, oder? Ich denke, ich denke, ähm... Liegt der so weit? You can... Äh... Dafür hab ich ihn in deinem... ...gesteckt und wie liebes vor euch... Was... Ochatt... Das war's mit dem Spielbib. Hmmm... == DAS war's mit dem Spielbib. Ich glaub, das war meine. Ehm... Das dürfte meine gewesen sein. was denn die meinte ich hab dir aus versehen fallen lassen wo bist du denn der detektiv mittlerweile auch eine mining turtle legen ja die sind jetzt im shop leute verwirrt mich nicht denke schon das sind neue das ist ein neues item was das war eine fliegende kugel wir sind nur noch zu viert wer von euch ist traiter bitte melden wenn ich weiter gewesen wäre ich nicht die ganze zeit woanders gewesen ich werde angeschossen ich bin ja dafür ich hab die ganze zeit gedacht zuckerfreak ist tot und letztlich so zuckerfreak lebt noch was was war steckdose der am anfang gestorben ist den du gekillt hast wie liegt denn lol jenny wurde nie ja niemand hat sich interessiert das war deine warum wurde ich jetzt abgeschossen weil es sonst niemanden lebte weil die zuckerfreak lebt er ich war die ganze zeit woanders wie soll ich sein ich habe ja nie was gemacht ich habe ja nie was gemacht ich habe ja nie was gemacht das war das jetzt mann mit der runde tut ja ich ja auch fast nö egal ja mir nicht hihihi machen wir nicht okay dann stopp oh da wieder ist kein ring ich will regnen ich bin wieder in der waffe mehr hi neuer du bist ein ungenieur terrorist dr stein alter dem kannst du trauen wem fühlst du dir weil wer es jetzt sagt dr stein dr stein dr stein hey dr stein kann sich mit dr psychobüchser zusammentun eine stein-version oh 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 ne Sackgaffe komm nächt durch ich bin zu fett ey wir werden euch gerade angeschlossen tote ja tote menschen ich Wa PAW ich sehe tote menschen OF AUTO äh ich hab ihren knopf o Is das duOrg gesagt? uh Stecky 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 steck steck ja ich fühl ja aus steck die steck ja ich läb noch ich bin nur in der rücke drücken und dachte jetzt passiert irgendwas oder dasjemass ich wollte sicher gehen das ich schon mal gesagt habe ich habe nhähe Ich will meinen Spray mal hier in die Reihe der ganzen Twitch einführen, aber ich kann nicht mehr Sprayen. Oh Scheiße! Verdammt, wie war das nochmal? Oh! Es war unglücklich. Mit neuen Augen sieht es noch viel besser aus, Steckdose. Teleporter. Hohrentief, reine Haut. Da kommt das Auto! Alter, das macht mir jetzt echt Angst ohne Spaß. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Davon krieg ich Albträume. Alter! Ich hab so einen geheimen Raum. Warte, warte, jetzt den Mund noch. Nein, geh weg! Nein, geh weg! Nein, geh weg! Oh Gott! Da war ne Mindshirtle. Wo war die Mindshirtle? Hier! Die war hier in dem Raum, wo ich gerade... Schon wieder so ein geheimer Raum. Was sind das hier für alle vor? Ich hab nen Traitor-Tester gefunden. Alter! Das ist einfach jetzt so gruselig, dieses Bild. Ich hab mich selber im Traitor-Tester eingesperrt. Ich werd jetzt getestet. Ich werd jetzt getestet. Geil! Dann kann ich mir überhaupt vorstellen, dass wir nicht ohne fremde Hilfe testen können. Jetzt geht's hier ab. Hey! Geht das echt? Fräulein Chad stand vor mir mit ner Mindshirtle in der Hand. Hä? Ich bin Inno gewesen. Zufall. Das war ihr Haustier. Sie hat ja auch vorhin noch gesagt, dass ne Mindshirtle bei ihr hochgegangen ist. Ich hab ja schon gedacht, dass sie... Das wahrscheinlich ihre eigene war. Äh... Also wahrscheinlich... Torben ist Inno. Torben ist Inno. Was geht denn ab hier? Oder irgendwie sowas. Da! Zockerfreak ist Traitor! Zockerfreak ist Traitor! Zockerfreak ist Traitor! Der ne Mining Turtle vor die Tür gelegt ist. Nämlich gerade abgehauen. Wo? Eine Mining Turtle? Der war im Keller gerade. Eine Mining Turtle? Ja. Er war im Keller. Hat er gelacht? Oder? Warum? Warte mal. Warte mal. Das ist Miju. Zockerfreak, richtig? Ja, Zockerfreak ist es. Weil... Der war halt gerade mit dem Zarz und Tor und mir an dem Traitor-Test da. Welche Zockerfreak wären gegen die Sahnen schon? Und... Dann hat er die Tür zugemacht und hat ne Mining Turtle... Ne Mining Turtle. Die ist aus der Hand gefallen. Sorry. Ich hatte viel zu tragen, viele Einkäufe. Da ist es mir halt runtergefallen. Jetzt wird sie also nicht... Ja, ja. Aus der Hose gefallen. Hallo! Tja, die habe ich wohl überlebt. Mit 100 HP. Peter Ines. Keine Hacker. Nein, die sind eigentlich alle. Nein! Krass, wenn sie... Oh Mann! Schon wieder vom Auto gefahren. Oh Mann! Ich wollte gerade schon sagen, Achtung! Auto und dann äh... Corn ey. Was? Selbst ein Fuchs hat mehr Gehirn. Aber was ist denn Fuchs? Oh. Alles klar! Durch deinen Kopf, durch die... Ich sehe einfach das, die Kugel durch deinen Kopf. Ich bin mir sicher, weil du nicht zurückgeschossen hast. Auf der anderen Seite ging die Wand. Was ist das denn? Weil ich nicht den Namen... Ich hatte nicht den Namen gelesen. Das ist sogar so, dass du gar nicht wusstest. Alter, ich habe durch deinen Kopf an die Wand geschossen. Was war das denn? Torben, du bist einfach zu schnell gelaufen. Ich wollte genau sagen, pass auf, dass du eine MindTurtle in dem Moment bist du schon reingelaufen hast. Ne, ich musste Torben nur rächen, weil der... mir auch eine MindTurtle gegeben hat. Warum läuft der so oft auf die Schildkröten zu? Ich musste nur Torben brechen. Weil der geil sind. Also... Weil die OP sind. Leider. Wie läuft die? Wie läuft die? Wie läuft die? Wie lange ich jetzt hier eigentlich nicht eingesetzt werde? Wird er mal auf die Tür benutzen? Ja vor allem du mich schon ne? Ja ich benutze die ja voll selten. Ja, läuft immer selber rein. Ja eben, das ist das Problem. Ich brauche ne richtige Waffe. Ich will jetzt das zeigen. Warte, ich bin schon mal gestein. Okay, wo hier war's doch? Kurs mal bitte in der Pause. Nein, hier was. Ja genau auf der anderen Seite war's. Zweiter Teleporter, huiii. Ich bin nicht mehr da. Ja. Ah stimmt, der hat gerade hingeportet mit einem Teleporter. Nein, also ja. Und Sprung. Oh mein Gott, ich bin teleportiert. Ich springe auf das Auto, Achtung. Schaut mal dazu. Ich springe auf das Auto. Oh, ich bin auf das Auto. Oh, ich bin auf das Auto. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh, ich bin so getelesert. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 das war knapp. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Psycho! Wie geil. Och komm, bist du schon wieder vom Auto fahren geworden? Nee, Psycho hat er gerade so richtig geil. Wir machen bisschen Action, wir machen jetzt hier Feuer auf die Strasse, und dann fahren die durch Feuer. Das macht Spar. Oha, können die das ohne zu explodieren? Nur wenn die Elektroautos sind. Äh, dahinten ist ein bisschen feier. Gut, dass du mir zuhörst. Oh, guck dir den, wer war das? Psycho, pass auf, nicht, dass gleich noch ein Audi kommt, ne? Nage, neue, R8. Nein, what the fuck? Ähm, okay, ich häng doch nicht fest. Ja, aber guck mal, wie krass die sind. Ich kann das nicht. Psycho ist weg. Tschüss Psycho. Tschuldigung, tschuldigung. Aua! Psycho ist auf einmal weg. Wie Peter. Wie ein Froster? So schießt die Waffe also. Ich will aber trotzdem eine andere. So, ich geh über die Straße, ohne überfahren zu werden. Challenge. Nice, Alter, ich glaub, bist du Jesus? Ne, der ist auch über die Straße gegangen. Ich glaub, Psycho hat's einmal nicht geschafft. Ich muss kurz schreiben. Bananenbombe! Berlin hat eine Banane gewauft. Bananenbombe! Bananenbombe! Micho! Micho, stebe Taube aufm Dach! Gibt es gar nicht, kann gar nicht sein. Micho ist safe, Micho. Ehm, lieber einen Spanns auf der Harte, als eine Taube auf dem Dach, oder? Da ist gerade Marvin gestorben. Micho! Sag mich auch wieder! Ich rede Jenny eigentlich, ne? Micho! Ja. Ja, sag bloß! Komm! Das war jetzt aber... Ja, ist doch egal, das weiß doch eh schon jeder. Kann das sein? Hä, das weiß doch eh jeder, dass du spielst. Ist das denn die Möglichkeit? Jenny bei mir? Oh ja, okay. Ja, okay. Richtig. Dann nehme ich das... Das tut mir leid. Bitte bleibt draußen. Danke. Ich war ja eh schon kurz. Ey, das ist der Bananen! Machst du die... Oha? Das ist normale Bananen. Machst du voll stark. Hallo? Keine Ahnung, irgendjemand anders hat die hingeworfen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hier ist jemand gestorben. Ich weiß. Stimmt gar nicht. Die war das voll geil. Warum nimmst du mal die so sehen? Jenny? Möchtest du meine Star-Bahn rein? Warum bist du eigentlich eh... Am nebenan wo du tot bist? Also ich meine, wie hast du das gemacht? Halt! Kannst du mal... Steckdose! Rührst du wohl! Steckdose! Hör auf! Tell me more about it! Boom, voll derseitiges Nightbit! Boah, ich bin an der Leiche von Turm hängen geblieben. Von Turm hättest du mich nicht getroffen. Oder von Korn. Ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Ich warf mich voll stark. Es tut mir leid. Ich hab keine Ahnung woran das liegt. Aber auf mich hört halt wieder keiner. Ich schrei wieder rum. Miju. Dann war okay. Ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört. Ich hab direkt in dem Moment drauf... Ich hab dich auch gehört. Ich hab aber keine Ahnung gehabt wo Miju war. Deswegen... Ich hab auch den erstmal gesucht und hab dann direkt auf ihn geschossen und war dann tot. Was? Ja, da war ich hinter mir. Also Miju ohne Turm hättest du nichts geworden oder? Ohne Turm nichts geworden. Ich bin einfach confirmed und Stein guckt mich einfach an und ich sag, dass Stein ein Traitor ist. Weil dann aber... Ich hab nichts gemacht. Also Backstein. Du bist verwirrt. Du bist verwirrt, weil Stein... Keine Ahnung, vielleicht wegen dem Feuer oder so. Ah Stein ist auch so ein Bisco drin. Steine, hallo. Ihr könnt mich auch Ricardo nennen. Ja. Ne. Ne. Backsteine ist viel besser. Ahhhh... Melan genau auf mich. Melan genau auf mich. Melan genau auf mich. Melan genau auf mich. Oh, das ist ein Sest. Michu? Wo geht's jetzt? Du sperrst dich gerade in einem Raum ein. Das ist nicht wie oft. Ja, ich wollte grad schreiben, wie gesagt. Ja, dann gehen wir. So, das überqueren der Straße. Sehr gefährlich. Ja. Und rechts. Und jetzt schnell. Ein Kaktus. Wo kommst du gerade her? Psycho? Eigentlich ist das der vollen Name. Komm draus vom Walde komm ich her. Was ist im Urlaub? Was soll ich sagen? Ist Weihnacht jetzt hier. Puh. Das ist eigentlich der volle Name. Aber das ist die Taktus von uns nicht. Das war doch der Vorname. Eigentlich steht bei ihm nur der Name. Michu hast du fertig geschrieben? Was hab ich? Fertig geschrieben. Das war damals meine erste Aufnahme. Was steht denn da? Ich werde mich jedes Mal an Weihnachten dran erinnern, dass ich mit dem Töten einfach mal 5 Meter weiter bin. Du hast aber keine Hupen. Ich hab ne Hupen. Ne Hupen ist korrekt. Komm, warum bist du badly wounded? Wow. Ich bin grad ernsthaft vom Dach runtergefallen. Ja. Steckdose bei mir. Boah, ich pack das ich grad gar nicht ohne Spaß. Wie viel HP hast du noch? Runtergefallen. Ah ne. Ja, das ist 50. Das hätt ich nicht verstehen können. Vielleicht hab ich auch noch nicht widerstehen. What? Ich will zu alten Mustern verle- aber nein. Ich bin ein neuer. Ich bin ein neuer. Steckdose. Lass mich auf die Straße schubsen. Steckdose, verfolg mich. Ne, dafür. Steckdose. Geh weg. Hupen hat geschossen. Ich hab nen epileptischen Anfallschirm. Ich hab nen Epileptischen Anfallschirm. Nein, aber das geschossen. Ja, siehst du, hätt ich gerne getroffen hätte. Geschossen. Ich helf dir. Ich hab mich telefoniert. Bitte was? Du musst einfach raus. Du musst einfach raus. Ich sieg zum Baum rum. Alles klar, er sieht mich jetzt. So, bist du draußen? Ich hab schon gedacht, ich steck jetzt im Fenster fest. Ne, hätte ich jetzt nicht so gut gefunden. Oh Gott. Ja, mach ein buttermilch. Ja, Gott. Das zum Thema, ich lauf dir hinterher. Oh fuck. Lol ich wusste gar nicht dass das hier stimmt. Ich auch nicht. Ich wollt die Wand schießen, da war ein fasser hinter. Oha. Bei 3. Hintos gibt es keinen Schaden bekommen. Ja sehr gut. Bin fast tot. Hey, wer schießen da unten schon wieder. du kommst du nicht raus ich bin angeschossen von da drüben enttäuscht mich ich habe extra nicht aufgepasst damit ich euch mal machen lassen mach mich ich muss hier wieder dein Analytiker kommen ich habe noch 8 HP das ist eine Bananenbombe oder eine Banane das ist eine Banane da steht hier in der Ecke 8 HP Hilfe wollen ein Gent bei mir alles ist gut hey chill doch mal ich bin innocent ich habe das selber mich hey wir können schon chillen ohne Schmarrn ich mach nichts das waren ganz immer die Geräusche das sind echt jemand angefunkt das ist immer noch keine Ecke weiß ich doch nicht alles klar ok zuckerfiggert Julian äh nein steckflos war das was auf der Straße liegt Miju Turt aber ich geh da jetzt nicht raus erwischt 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 das war schlecht so ich will proben ich auch dann steckt steht steckdose noch ne hä ach du hä du bist doch selber Traitor nein ich habe steckdose gekillt ja dann bist du trotzdem Traitor nein ich habe steckdose gekillt bei mir bist du als Traitor angezeigt du bist die letzten beiden also bist du Traitor bei mir wird steckdose als Traitor angezeigt hey du bist der letzte mit mir den hab ich dann ich hab ihn gekillt du bist trotzdem der letzte mit mir nein ich hab ihn gekillt verdammt das hat keinen Sinn wir drehen aneinander vorbei ich sag mal die Wahrheit mhm ich sag mal die Wahrheit mhm der Psycho steht ja ganz still in der Ecke hat er da wieder tot der könnte ja vielleicht ein Traitor sein ja in dem Moment war ich tot als ich den Gedanken ausführen wollte sei nicht ganz so hart ok ich musste beseitigt werden chill einfach mal ein bisschen ok chill einfach mal ein bisschen ok ja ok du weißt ja wie gut du bist ne und wie wir so sind nein sag es mir ey ja Psycho war nur so gut dank mir natürlich Psycho du bist einfach die ganze T-Crew zusammen die ganze pieceme-Crew zusammen ohne mich hätte Psycho hier überhaupt nichts ey doch die Spielzeit von uns allen zusammen du hattest null Kills steckdose ja ach das war ja das war Satire äh was ja ich hab's grad erst gemerkt what the fuck ich lauf grad die ganze Zeit nur in eine Richtung und ich weiß nicht um Korn wollen wir auf die Straße fahren mit ALT4 erhebt sich das Blitzplan wieder äh nein ich weiß einer von euch wieso ich auf keinem Spielserver journey kann ich kann nicht mehr drücken 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 mach mal refresh mit F5 oder ALT4 ich kann nichts drücken es passiert nichts wenn ich irgendwas drücke Skate ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich laufe automatisch da guck dir so ich muss doch kurz meinen PC neu starten er ist im Shop nein 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 wie du musst dann mein Geo-Wort neu starten drück was war ja guck mal was ist der Traitor ich will ihn auch ich bin proven und ihr bestellt euch lieber über ARDMs ihr beide ja er hat er hat doch E-Disconnected ja er hat E-Disconnected deswegen er hat E-Disconnected ich will einfach genau sagen was er gesagt hat weil er hat ja E-Disconnected er hat ja E-Disconnected hey Psycho war total schockiert ich glaub er ist Traitor ich bin Detective ja ich glaub ich auch weg nach Psycho ich hab nen Lächeln im Gesicht ja das können ich weiß es ist eigentlich gestorben im Arsch im Arsch Gesicht Psycho oh 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 also ich will jetzt nicht sagen aber in meiner Waffe hab ich 17 nachladbare Schüsse und 20 Schüsse oh hinter dir noch drin hm amazing hey hör auf damit ja warum schießt du dann noch äh ja rate warum rate warum oh Psycho hat noch geworfen ja sag bloß das Psycho ist natürlich bin ich es aber Julian schießt einfach hä ich bin's nicht hab ich denn geschossen ich bin's nicht hätte jetzt auch gesagt wird ja nur 5 mal gekolpst nicht hey Micho also soll ich ihn jetzt umbringen nein Micho hör auf mich zu schießen oh das war ein Mach nein hä 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 dad alle Leute um so die gingen gleichen nur Ja, Zufall ist glaube nix. Ich glaub schon. Ich glaube nix. Warnloop, Warnloop. Ich hab noch ne Brezel. Geil. Die besten Brezel in Bayern. Gibt's nur in Bayern. Bayerische Brezel? Bayerische Brezel? Warte, bayerische Brezel? Gibt's nur in Bayern? Nein, das kann man euch sportieren, du Idiot. Na? Einen energiegeladenen guten Tag, liebe Freunde. Ihr habt wieder mal... Genau richtig eingesteckt. ...zu einer Neufolge Trouble in Terrorist Town. Auf ner Map, die ich vorher noch nie gezockt hab. Ich kann dir viele Secrets zeigen, komm. Die Map auf dir ist quasi nur in Riegel. Hey, ich kann dir ein Secret zeigen, komm mal mit. Hey, Bachstein. Wenn du mir die tötest, zeig ich dir was. Ja, natürlich. Aber nimm auch Krober. Warum ist Jenny Zuschauer? Keine Ahnung. Sie wird schon einen Grund haben. Guck mal, guck mal, guck mal, was ist das? Ich glaub, es macht sie nur noch zu ärgern. Hey, du musst dich ducken, ne. Mit Steuerung. Und springen. Steuerung und springen. Gleichzeitig. Sie sind gestorben. Genau. Ah, 190 HP, verdammt. Ist er verhaftet? Haben wir die Giftwaffe drauf? Ne, haben wir nicht. Wow, da kommt der Marvin entgegen. 2? Hey, der Weg zu dir ist kürzer. Tatsächlich. Bei 6 Leuten? Schass. Ich werde aber nicht mehr rechnen lassen. Ja, ich habe mich noch einmal gefunden. Hahaha, zack. Was spielen wir für eine Map? Rackzack. Die Map, die du... Zack, ist Traitor. Wir spielen die Map. Bestimmt Backstein. Äh, wie macht man die Lampe an? Ne, wirklich jetzt. Psycho! Ach, Junge. Äh, ist da wer getötet? Hallo? Ne, der lebt noch. Könnt ihr mich spawnen? Oder? Glaub ich dir nicht. Julian, es ist Julian, tötet mich. Ich bin gleich tot, Julian. Nee, du hast doch jemanden getötet. Der lebt noch. Julian, es ist... So, ich vertraue dir einfach mal nicht. Hahaha, scheiße. Man darf dir halt nicht immer vertrauen, Psycho. Es tut mir leid. Hast du mal, ich wusste jemanden zu töten? Hahaha. Ein guter Grund. Ja. Ein guter Grund. Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... Ja, natürlich bist du ein Element. Du bist die ehrlichste Augen, die ich kenne es nicht. Oh. Circa Freak. Oh. Hahaha. Hahaha. Nein, nein, nein. Du bekommst mich nicht. Du bekommst mich nicht. Okay, nee, dir glaube ich. Also, wenn du sagst, du bist nicht, dann glaube ich dir. Hahaha. Hahaha. Du hast doch in der Tötung stehen. Hahaha. Miju, ich liebe es, wenn du so stirbst. Das tut mir leid. Und ich hasse es. Schön. Du kommst zu verloren. Ich heile es. Aber ich liebe es. Komm, du hast viel verpasst. Wer war denn mit mir Traitor? Nein, ich nehme mir Verständnis echt gut. Ich habe immer gehört, das ist irgendwie nur voll krass. Hey, sorry Puldi, aber... Hahaha. Ich wollte jetzt die Taube nehmen, aber habe es nicht gefunden. Und dann habe ich... Wer war denn gerade eben... Leise mit dem großen reden. Du warst nicht Traitor. Achso, Miju, aber der hat verloren. Achso, Entschuldigung. Weil ich gut war. Weil wir gut waren. Und dann selber Maps machen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Es tut mir leid. Was? Ich weiß nicht, wie sowas geht. Wie was geht? Ja, aber da kann man sich ja irgendwie einen Traitor herstellen. Ich habe mal gehört... Ich habe eine Map schon erstellt. Ich... I know Bescheid. Okay, gut. Dann kann man nachschauen. Aber wir brauchen den Hammer Editor. Hä? Hä? Was? Warum? Ich habe auf das Fenster geschossen. Auf einmal spawnt Marvin vor mir. Okay. Ähm. Finde ich gut. Tschüss. Also... Hä? Ja. Hat er sich gerade selber umgebracht? Ja. Mit Slashkill in der Konsole. Okay. Juhu. Oder er hat eine Taste belegt, was wahrscheinlicher ist. Ich kann euch nicht nachschauen. Oh Gott. Alte vier. Wieso nicht? Noch wer gestorben. Juhu. Ich bin sicher. Sollte ihr mich freuen, wenn Leute sterben? Ja. Weiß nicht. Ja? Hä? Das ist doch Traitor. Hä? Wie das aussieht. Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer hat hier gerade eine Granate auf mich geworfen? Ah. Schon wieder. Oh Gott. Der hinten wirft die ganze Granate auf mich. Ich glaube es ist Miju, weil er so lacht. Ich stehe kurz in der Ecke. Ich muss ihn mit einladen. Ja. Wie meint ihn einladen? Deine Traitor-Kollegen, Peter Berlin. Mich dann bitte auch. Ich wollte gerade irgendwann mal wiederbilden. Aber mir ist keiner eingefallen. Hey, hier ist ja gestorben. Hey. Du hast ein Tor mit einer Shotgun. Ich habe eine Mc10. Und hier sind noch 4.000 mehr Leute gestorben. Ich habe eine Mc10. Weil ihr auf keinem Spielserver spielt. Das ist gleich ein Problem. Der hat eine Vollgranate geworfen. Find ich nice. Dann spielt er nicht mit. Nö. Hab ich kein Problem mit. Ich lade ihn mal ein. Nochmal. Den hasse ich voll. Abgrund tief. Hey, ich kann dich nicht ändern. Zuschauer eingeladen. Und zum Handeln. Marvin ist tot. Ja. Jenny. Ist schön hier oben oder? Ja. Ja. Zwei Trader haben wir. Noch keiner ist tot. Mach jetzt einen Kaffee trinken. Obwohl ich eigentlich gar keinen Kaffee trink. Oh Gott. Jenny. Wieso nimmst du vor mir die Shotgun draus? Das hat mir gerade Angst gemacht. Ach, die Shotgun rein. Oh. So. Geht mal bitte ein Stück auseinander Leute. Oh, hier gibt's ein Geheimsjur. Hier gibt's ein Geheimsjur. Hier gibt's ein Geheimsjur. Schieße auf. Schieße auf. Schieße auf. Schieße auf. Leute. Ich bach fest. Ich bin's nicht. Ich bach fest. Ah. Ich bach fest. Wo denn? Irgendwo in so nem Loch. Ich hab nen Diskambulator. Ja, aber ich weiß nicht wo es hier lang geht. Gibt's hier ne Tür irgendwo? Ah, hier. Ah, nicht am Ausgang gefunden. Ah. Okay. Okay, danke aber. Also Psycho oder wer? Ja. Vorsicht. Warte, hinter dir ist gar nicht mal gestorben. Äh, ich hab Psycho getötet. Das Psycho? Rufen Eno. Okay, ich hab's gesehen. Oh. Pff. Oh. Ohhhhh. 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 Oder stehst du so neben dir mit dem. Wir haben gesagt, ich hab's auch nicht geschossen, Jenny, weil ich in den Nahscanner hatte. Also ich hab' nicht. Oh, okay. Ich hab' gerade. Ich hab' gerade. Oh, okay. Ich hab' die Taste belegt. Oder? Hast du die Taste belegt? Das ist die Sicht der Strafe. Mhm. Halte 4. Ne, welche hast du? Schau mal, ja? Hey, schau mal die Pflanze an. Wir könnten nämlich auch mal ne Bett machen. Mach es nur noch. Die Pflanze. Der ist eng weg gestorben. Hier ist ne Pflanze. Ja. Hey. Oh, wer ist doch halt vorbei gelaufen. Ohhhh. Keiner will meine Pflanze sehen. Hey, ich will deine Pflanze sehen. Ich will deine Pflanze sehen. Ich will die Kaninchenbabys sehen. Ich will die Kaninchenbabys sehen. Ins Haus rein. Warte. Backstab, willst du ne Pflanze? Ja, hey. Schau mal, hier ist ne Pflanze. Schau, ne Pflanze. Wir können euch in sein Haus locken. Danke. Alter, meinst du diese Pflanze? Alter, ich würd mitkommen. Schau, steckdose. Hier ist der Schatten von der Pflanze durch die Wand. Das ist toll. Ja, ich hab' Secret Room gefunden. Ja, den hab' ich auch schon gefunden. Den bin ich vorher festgestockt. Den hab' ich auch schon gefunden mit E. Ne, du könntest in die andere Richtung gehen. Du könntest immer nur in eine der beiden Richtung gehen. Ne, man kann wieder zurück. Ja, manch. Auch das geht. Aber man kann auch in eine der beiden Richtung. Das ist schon mal ziemlich traitorhaftig. Traitorhaftig? Ach doch! Oh Gott, sorry! Da steht bestimmt in Doom. Something is creating stripped errors. Torben hat einen Traitorharm geöffnet. Jemand hat einen Deathringer. Das gibt's doch gar nicht mehr. Hey, was ist das? Nein. Oh. Da steht Something is creating stripped errors. Something is creating death rings. Ich bin zu fett für das Spiel. Komm und ich mal beim Babylauncher. Oh! Soll ich damit schießen, Amma? Ja, mach los. Das war ein Babylauncher. Töte ihn! Ah! Das ist, das ist, das ist wenn du links klickst. Trage dein Kind aus! Tormus! Brenne! Ah! Brenne! 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 Gott, untersuegel! Ich glaube ich habe ihn getötet... Vielleicht habe ich ihn getötet. Sicher, 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 ich habe... Oooooooo, ach! Ich hab es hier! Achso! Ich wollte mir gerade Heilung kaufen. Das ist der Leichenpabillon, oder? wer ist es ich oder wer geschossen ich dachte ich hätte den kill ich muss oder soll weil ich keinen von euch gesehen habe ja weil die verfahren nicht gar nicht aus dem video ist es für kassel player gerade gewesen wäre er noch nicht oder was also wenn miche aus dem video der mädchen jetzt in den letztensten rufen der fang der fahrer der katformierung in der wand kann ich also entweder zuckerfick oder haltet oder den wibre ich mehr auf zuckerfick sei soll ich jetzt einig zu tun wenn ich weiß dass ich in unseren und wie ja ich werde nicht da also außer irgendjemand macht irgendwas ganz steckdose mitten hier ist das besser schläge danke wenn man schläger ist dann fallen einem schnell wörter nicht mehr ein oder hockeyschläger lass mich mal noch mal ein lassen ich war noch man kann man ja auch nicht mehr als ich habe mir das nicht mehr als ich mal wieder ein lass mich bitte ein trinken was ich kann man hier spielzeit auf keinen spiel da muss man nicht haben wenn die einfachen weil er ja auch wenn ich schon mal auf wird sein dass die entwicklung nach dem geld kann ich glaube wir haben Wir können einfach die Zeit ablaufen lassen. Alles klar. Finde ich gut. Äh. Oh cool, das hat gestoppt. Äh. Mach du das ja! Okay. Ich sag grad, Moment. Was? Hauptsache, ich schlag Jenny bei mir noch, aber sterb dann, ja. Ich war auch so für einen Moment so, warte mal, das kann doch so kaputt gewesen sein. Was? Ach nö. Oh, jetzt wollte ich gerade wegsammeln. Nein! Hey! Hey Korn! Ja? Es wurde zurückgeschrieben. Also ich hab geschrieben, ich darf noch einen Kumpel testen, hat er geschrieben, ja. Klar, wie heißt das denn? Und dann so, ups, sorry, wie heißt der denn? Äh, Korn, wann spielen wir eigentlich Dings mal, ne? Was? C.A.H. Achso, äh, keine Ahnung. Dann nehmen wir Zeit und Bock drauf. Karten gegen Hooligans? Nachher? Ja, kann man nachher mal machen. Hey, Korn soll ich deinen Namen schreiben oder wie soll ich's machen? Ja, nochmal. Hä? Sollte er mich ja eigentlich kennen. Reiden bitte. Wie Korn, du kennst dich? Ah, jetzt geht's. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte Sex mit Collins' Hase. Okay, jetzt... Ja, find ich. Falsche Map. Danke, dass die... Die Frau hier unter uns das bemerkt. Ja, jetzt kann ich wieder beitreten. Ja, ich hab's bemerkt. Ach, egal, ich bin müde. Ich meine, wie lustig alle, ne? Nach sechs Monaten... Welches hat's beim besten geschmeckt? Äh... Ne, wir hatten grad Krise. Vanilla Cake Pop war besser als Tasty Donuts, oder? Ich find den Donuts, muss man... Muss man in so'n Schokopudding untermischt, dann geht's euch. Aber ich will mir jetzt, äh... Watermelon holen noch. Watermelon, da musst du aber so... Auch so'n Früchte-Pudding dazu machen. Dann schmeckt es nicht. Ich hab'n Früchte-Pudding. Ich schau' mal, welche Geschmacksrichtung ich daneben noch... Ja, Geschmacksrichtung? Kannst du noch ein paar Five Gums reinmischen, Da schmeckt's auch besser. Reinmischen! Mischen! 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 Hallo, wir sollten jetzt nicht hier, äh... Vielleicht haben wir grade ne Beleidigung für Psycho gesagt. Nein! Was denn? Nein! Oh mein Gott, jetzt los! Wir haben doch Schafe genannt und keine... Und keine Hörner. Ich kann zaubern, Michu, ich kann zaubern! Aber falls es dann intent... also, äh... Falls es war eine Beleidigung gewartet... Genau. Was? Ich hab'n Bitter imitiert. Es ist dann eine Beleidigung, wenn sich jemand dadurch beleidigt fühlt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also heißt... Was? Das heißt, die Nazi-Schlampe gegen Alice Weidel war eine Beleidigung. Weil sie hat sich ja beleidigt gefühlt. Ja. Aber eigentlich war's ja Satire. Die Logik find ich nicht gut. Da kann man einfach bei allem sagen, ja du hast mich beleidigt. Auf uns überhaupt nicht damit zu tun. Ja, wenn man sich beleidigt fühlt, dann ist es eine Beleidigung. Ja, das ist natürlich eine Beleidigung. Das ist für mich Schwachsinn. Das ist für mich Schwachsinn. Wenn man jemand von der Ruhe so nennt, wenn du nicht beleidigst, ist es keine Beleidigung. Ist es dann immer Beleidigung? Wenn jemand jemand von der Ruhe so nennt, wenn du nicht beleidigst, ist es keine Beleidigung. Das kommt auf den Charakter an. Also Psycho muss ich mein ganzes... das ist für mich Schwachsinn. Noi, was zum Teufel? Ähm, ich schwebe in der... ich bin in der Luft geschwoben. Egal. Geschwoben. Ich bin in der Luft geschwoben. Ich bin in der Luft geschwoben. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Das war krass. Poli ist geschwobt. Geschwobt. Nee, jetzt hab ich mich beleidigt gefühlt. Er ist beleidigt, geschwobt. Nein, aber gegenüber Korn. Na, wenn er sich beleidigt fühlt, dann sag ich's halt nicht mehr. Was? Ich bring das Korn nach oben. Er ist geschwobt. Hörn sie auf. Ich bringe sie zum Hänker. Das Schwubinator. Aha, was ist hier los? Ups. Ich fließ grad Fenster rein. Ja. Ihr seid ja schon wo drauf. Korn und ich haben zu lange gedreht. Ähm. Das Tänzchen ging dann... Jetzt geht's. Wann geht jetzt der Server eigentlich wieder? Ich kann's nicht sagen, ich fühl mich gerade beleidigt. Hey, du musst... Hey, ihr müsst... Hey, ihr müsst... Hey, Steckdose. Du musst auf einen gehen, der auf dem Server schon ist. Und dann auf Spielinfo und dann verbinden. Weil Beitreten geht bei mir nicht. Okay. Wuuuuh. Also Marvin, ich fühl mich jetzt beleidigt. Ja. Ich fand's schön wie... Dann fühlen wir uns beide... Dann ist es nicht ausgeschehen, wie wir uns beide fühlen uns beleidigt. Nein! Ich konnte den nicht lesen. Ach! War's zu schnell. Aber keiner hat mega schnell mit dem Schießen versucht. Ja, ihr lebt doch. Ja, ihr lebt doch. Ja, lebt denn doch. Ja, lebt doch. Ich hab in der Runde so ungefähr 50 Siegel-Schüsse daneben geschossen, aber keiner hat... Ja. Und dann lag Korn-Tot am Mund. Vor allem, ich hab... Ich hab vorhin schon so zweimal einen Dingle-Headshot gegeben und sie ist aber nicht gestorben. Hab ich gar nicht gemerkt. Ja, hab ich gar nicht gemerkt. Ich bin aber nicht weggegangen, aber... Das Gehirn ist schon so durchge... Das ist so durch das Gehirn schon... Oh, Mann, ich bin schon... Durchgesübe... Durchgeschwubbt, meinst du? Nee! Bist du schon wieder, Innocent? Ich bin schon wieder... Oh, nein! Ich bin schon wieder... Oh, Mann! Boah, wieso kann man hier auf der Map nicht schwuben? Dann kauf ich mir jetzt mal lieber den Mail-Launcher. Boah, ich werde jetzt kurz so gängig schwuben. Schwuben? 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 Du meinst im Schwimmingschwul schwoben? Korn-Schwul. Äh, was ist das hier für Minigang? Schwimmingschwul schwoben? Achso, das kann kein Minigang sein. Dann würde mich das Torben dazu exakt. Schmiert aber den Fallschirm auf. Ich verstehe. Lass uns tanzen! Lass uns tanzen! Lass uns tanzen, Samba! Wenn ich deine Augen sehe, wenn ich das Feuer in deinen Augen sehe, dann will ich tanzen, Samba! Lass mich in Ruhe, mich arme Pflanzen! Brandranat! Achtung, Leute! Achtung! Torben! 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 Hey, ich räume hier auf! Jenny, Jenny! Nee! Was? Du hast ein Baby! Das ist Baby! Jenny ist das Leute? Jetzt ist einer von uns wirklich schön! Ich hab Fräulein Jenny getötet! Ich bin Proven, ich hab Fräulein Jenny getötet! Ich bin Proven, ich hab Fräulein Jenny getötet! Ich bin Proven, ich hab Fräulein Jenny getötet! Danke schön, das wollte ich das mal sagen! Okay, ja, wir haben's gehört, Midou! Midou ist so... Er hat Fräulein Jenny getötet! Kori! Traum, ich lass dich halt damit sein! Was ist deine Ausrede? Äh, Spackstein? Spackstein? Spackstein! Spackstein! Alles wird aus Backgemacht... Spackstein, du! Oh nein, ich singe! Außerdem ist das nicht nach meiner Logik, sondern nach deiner Logik! noch eine Auge gekauft um Torn zu töten Fragen auf Frauen die Person die sich beleidigt fühlt Ah nee nicht um die die es als bleibende Mann ich glaube Steckdose ist gerade eine Pflanze die hat durch die Luft schwuppt aber trotzdem ist für mich schwachsinn diese Lose Jaa Digle Aua Aua Habe ich getan Hast du gerade bei jemanden getötet? Ja und ich Kann mir mal bitte jemand die Scheibe hier zerschießen? Du musst die aufschlagen Ich bin hier Dankeschön Das ist ja freundlich Leil ich bin beschossen Ja warum nur? Oh mein Gott Ah Korn wieder ein Hori Damit du dich nicht umguckst Ich habe die Pflanze auch Alter Ich hab's so um den Warten die Korn zu geben Mein Gott Hat ja auch funktioniert Ja Das war so wichtig Ich ziehe einfach nix so gut ab wie diese Zimmernpflanze Ist so Aber ich konnte keine Taube kaufen Ich wollte keine Taube kaufen pero ich hatte keine Moneten mehr BOMBOMBOMBOMBOM Wie läuft denn der erste ATM-Wer drauf auf uns? So, sagen wir 5-6 Minuten, okay? Ach so stimmt, ich war glaub ich der letzte... Darf ein AF Kana töten? Wie lange machen wir da noch Kahn, Leute? Er hat sich selbst getötet, ja. Ach so, ja. Wie lange machen wir noch so Korn? Bis wir fertig sind. Ich hab gar nicht zugehört. Wie lange machen wir noch so Korn? Ich hab immer noch kein Wort verstanden. Wie lange machen wir noch so? Fünf. Bis wir aufhören. Oh, oh, da wär ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Dankeschön, Tuckerfreak. Buckstein, hast du Jenny gekillt? Ja, aber ich bin Detective. Ich darf das. Ich war für Kana. Ich mochte sie. Oh, Puli hat ins Grab gefurzelt, jetzt über Rauch. Er hat das sofort losgeschossen. Er hat etwa 2 Sekunden dann gewartet. Weiß ich nicht. Er einmal gefragt hat sich. Oder worum geht's grad? Wir zwei Toten. Okay. Weil er hat beide getötet? Wen? Weiß nicht. Jenny hat er gekillt, bei Torben bin ich mir nicht sicher. Nee, Torben hat sich selber getötet. Er ist auf jeden Fall Detective. Von daher, du kannst ja jetzt nicht sagen, er ist Traitor. Torben hat sich selbst getötet. Ich bin Traitor. Ich glaub, es gibt's überhaupt... Wie viele Schadkreis gibt's doch denn, ne? 25. Eineinhalb. Wie find ich eineinhalb? Komma drei. 25, 26, 26. 25, eineinhalb, komm mal. Periode. Natürlich. Satz 10. Ach komm. Michi macht Lichtzeichen. Das ist wirklich ein Fuchs hier. Wow, der kommt zum Gleiche an. Angeschwoben. Hauptsache, das bugt grad rum. Was hab ich für'n Ping? Was hast du denn für mich? Passt eigentlich. Ja, Mejo, was hast du für mich? Passt so ein. Wir können tauschen. Meine ist von Lader. 35. Manek! Ha! Manek! 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 Der Manek hört mich an! Bist du tot aus der Zange? Doch, das ist noch Manek. Okay, ist weg. Du hast die Leiche vergessen. Ich würd' nicht rausgehen. Ja. Das sind Man-Hacks. Nassingen und so. Ach, echt? Das sind Man-Hacks? Keine Ahnung, ihr sagt das nur. Ich war ja noch nicht draußen. Oh Gott! Das sind Man-Hacks, Alter. Echt? Das sind Man-Hacks? Leute, wo ist die schon da drüben? Man-Hacks! Korn, schieß einmal in die Ecke damit. Okay. Ich dachte für einen Moment, das könnte ein Baby-Launter sein. Ist noch ne Baby-Garn. Hahahaha. Wie er rum-jumpt. Hahahaha. Hahahaha. Wir können hier Tom. Hahahaha. Oh Julian. Schau mal wie er schießt. Nein! Nicht schießen! Warum mit dieser Waffe? Hör auf die Waffe drüben! Er schwuppt herum. Hör auf! Nein! Loll Loll was er und die Tür zu die Tüte Puh das war knapp und man kann man von außen rein ne ganz nicht heißt wenn ich noch 10% dazugebe dann haben wir 100 ne ich mach das für mich persönlich ok n es steht nur der Teckte häh was macht er so hast du nur mir das geschrieben noch so ein bisschen aus hier raus ich beobachte es ein bisschen Wann jetzt was schießt du mich an ja wow ne aber warum schließt du mich einfach an was soll die Scheiße Dein Rufig was war ich Danke für die Person die mich so toll aufgehängt hat ja bitte oh man ey wie viel hältst du denn aus Rekarus hättest du was geschrieben hast hab ich bober hab ich zugehört und sagst du mir so oh man hast du spaß oh ich bin raus aber was macht die ähm ja ich schieß mal wieder 50 mal in der Runde ne machen Pettles auf Torben setze die Perücke wieder auf damit die Vornenquote stimmt ach ok hallo hallo Torbina ich wollte Torstina sagen tschau 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 zierp zierp Tesla Marvin Tesla Marvin tschau da brennts da brennts da brennts Alert Alert Feuer 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 Ja Ja ti-jubik Tritzer tap s 2011 hahaha w Ein als leg weil ich kein Worte haben wait was sie jetzt getötet was sie gesagt hat deswegen hab ich keine Freude er hat es ihm das als beleidiger dann befasst ha g es geht um ihn Ich hab jetzt eine Lennung abgefasst! Das ist gleich Torben und Nextron! Warum? Warum nicht? Finde ich nicht. Ich wohn für Ja! Mein Arm kommt drin vor, das zählt doch! Das einzig wichtige! Steckdose! Steckdose! Schade! Ok, keiner von beiden! Hä? Torben, du hast beide getötet? Ja, weil der eine hat gesagt Steckdose ist, der andere... Naja, weil Torben hat... Ich hab ein Tier getötet, aber wer wär das? Aber aus deiner Wut könntest du ihn töten! Ja, ich kann dir das nicht umlegen, wo bist du? Äh, entweder ist das jetzt Psychotrixer oder Zockaufügig. Weil Zockaufügig mal wieder so traitorhaft nachfragt, ob er jetzt Zockaufügig ist. Hä? Ich frag nach, ob ich selber bin, alles klar. Ich darf aber bei der Vermutung... Detektiv, darf ich meiner Vermutung nachgehen? Vielleicht bin ich Traitor. Korn? Klopp Korn... Was geht Korn? Darf ich bei einer Vermutung nachgehen? Was ist deine Vermutung? Das ist Zockaufügig. Wie sicher bist du dir? Ja, so! Also es ist ja eh eine 50 Chance zwischen Zockaufügig und Psycho. Und ich würd' sagen 80%... Geh in deinem Krab spielen! Das ist egal. Für mich bin ich eh Super Eno. Korn? Ich hab'n Ticket, ich beschüsse Korn. Ich hab'n Ticket. Auf deine Nachfrage. Auf deine Nachfrage. Auf deine Nachfrage. Alles klar, jetzt hab' ich verloren. Scheiße, warum hast du dich früher gesagt? Wohin? 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 Ich hab'n echt nicht vor, wir sind alle beieinander und er fehlt. Ich glaub' er müsste grad im Keller sein, ich hab'n read. Ich tipp mal Zocker Free Kachee Brüten platziert. Ok, dann werd ich hier nicht weggehen. Ne, dann bleib hier. Wir wetten sie über den E-Bowl. Ja, ist im Keller, ist im Keller. Also ich wette die beiden sterben. Ich wette die Innos gewinnen. Ich auch. Das war gerade eine sehr schöne Bewegung von dir. Ist auf jeden Fall Zockerfrie, grad grad ne tatsächliche Schildkröten. Tschüss, die gegen mich, tschüss. Ne Minute. Was überlebst du noch alles, oha? Alles ist überleblich. Ich bin ein Berserker binig. Hä? Der Wiese stirbt einfach nicht. Alles klar. Ja, keine Ahnung. Micho hat's nicht mehr Leben gegeben, keine Ahnung. Mein Turtel lag auf dem Weg, die musste dich treffen. Ne, ich bin links um die Ecke gegangen. Also ich bin tatsächlich so richtig sneaky. Du hast mein Hut vom Kopf geschenkt. Hä, und wie sollte ich die Turtle, äh, die Ding nicht gebrochen? Die Melone war genau auf dich. Ich hab noch 15 AP. Ich hab noch 15 AP danach. Wo bleibt dein Roman? Ach so, ja. Ich hab grad ne, ne Denkpause eigentlich. Ich nehm nicht auf! Nein! Ich nehm auch nicht auf. Oh nein! Ach so! Die Runde war so schön! Ja, meine Aufnahme von vorhin ist auch am Arsch, weil ich mein PC neu starten musste. Die Runde war so schön! Du willst aufnehmen, ach so! Oh naaa, da vergess ich immer aufzunehmen! Und die Feuerwehr, es brennt! Es brennt! Die Feuerwehr, oh! Steckdose, du hast ein bisschen Schaden! Ach! Wohin? Wenn ich tot bin, hast du schon weggeschubst. Ja, wir haben einen Toten. Miju, Miju, da wirst du alles anderen. Geschöhn. Wow. Dein Schatten. Steckdose, wieso bist du fast tot? Steckdose, wieso bist du fast tot? Zuck Freak! Hey, wieso bist du fast tot? Antwort mir halt mal. Steckdose, lebst du noch? Ja, er lebt noch. Er ist gerade ins Grab reingelaufen. Ja, er lebt noch. Nein, er ist Traitor. So. Okay, Psyche ist Traitor. Ich will jetzt nicht reingehen, wenn du hinter mir stehst. Ja, aber die Steckdose ist wirklich in dir das. Ich will auch nicht reingehen, wenn du hinter mir stehst. Warum bist du in dir das? Weil irgendein Penner eine Brandgranate bei mir reingeworfen hat. Und ich nicht mehr rechtzeitig raus. Ja geil, jetzt werfen wir noch einen rein hier. Kann ich da widerstehen? 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 Ja, war eine Smoke-Renade, klar. Kann ich da widerstehen? Kann ich da widerstehen? Kann ich da widerstehen? Nein, konnte ich nicht. Ich hatte ja eigentlich gedacht, er killt mich jetzt. Ich hätte es gehofft. denn die Leiche ich bin der Detektiv Backstein aber dann hätte ich nicht die Minuspunkte bekommen sondern eher äh warum verantwortlich immer Psycho Backstein wurde gecallt Backstein wurde gecallt Backstein Julian, geh weg was hast du geschossen? was hast du geschossen? wo hast du gerade geschossen? du schießt auf ne Fetsterscheibe wo denn? wo wurde ein Backstein? äh zock uußerst verdicht da ist er! Backstein schießt! wo? ah da! wo denn? das ist unfair wenn du jetzt kommst wo ist das denn? ich hab die ganze Zeit an einen Backstein gebaut ich hab mich gefragt wo ist denn das? mhm hab ich jetzt eigentlich... sind jetzt alle da unten tot? und du weißt doch irgendwo wo das ist Marvin lieb's noch also ich weiß nicht wo ich bin ne ne keine Ahnung hast du glaube ich kannst du mal zu mir kommen? ich weiß das nicht ja wo... wenn du sagst wo du bist dann höre ich dich gerne hier sind Reichen das glaub ich dir hat's ja auch so angehört diese Power also ich... er lebt jetzt eigentlich noch einen Moment da müsste ja Korn und Psycho sein äh was ist Korn und Psycho sein? äh ne warte entweder Backstein und Korn oder? ja also Psycho töten wir jetzt Julian endlich mal ja hab ich und du bist auch Inno Bist du Inno? Hallo? Bist du Inno? Hallo? Bist du Inno? Ich vertraue dir Bist du tot? G- cancers Kann ich da wieder stehn? Sshhh ssh stille Nö mit Nidiger Diegel so Ich drängte gerade Backstrand. Nein! Nein! Hä? Ja! Wieso alles still war bis auf Steckdosis? Hämmern auf die Leertaste! Hä? War das jetzt ein Propp-Killer oder was? Na dann! das wäre zu geil gewesen! Ich ärgere, ich bin auch nicht die Ehre hier. Und so die beiden Jäger. Kann ich da widerstehen? Kann ich da widerstehen? Kann ich damit verstehen? Ach schon, kann ich's nicht Das war Satire Ja Tschüss Noch nicht Pacman Oh Pacman Yeah Pacman Kann ich die Perücke wieder ausziehen? Nein Und den BH Hey wer von euch hat die längsten Haare im Kopf? Oh Dankeschön Mit dem Torben, Torben hat sowieso ein Fukuhila oder? Du musst auf ne Poolparty Ja klar, ich hab richtig krasse Fukuhila alter Wenn ich die 80er Jahre Bobfrisur habe Die Frage stelle ich dann morgen am Stadelfest auf Wenn ich irgendwelche wildfremden weiter begrabsche dann Kann ich da wieder stehen? Kann ich da wieder stehen? Kann ich da wieder stehen? Probier's mal, wir sicher ankomme Mit Gemültkeit, mit Ruhe und Und Mit Ruhe und Widerstand Was los? Hier, nimm das Schluck das mal Unschuldig Du bist ein unschuldiger Terrorist Kann ich da wieder stehen? Ich Ich wurde grad Ich hatte grad die Plasma-Granaten-Animation über meinem Bildschirm Weil es war keine Plasma-Granate da Nein, ficken Verdammte Fickscheiß Oh mein Gott Was ist jetzt passiert? Warum wir hätten nur einen Traitor? Wollen wir gleich starten? Das ist Musik gemacht worden Aber komm, ich hab die noch in der Preparing-Phase gewonnen Ist mir doch scheißegal Das war eine ziemlich geile Runde Kann ich da wieder stehen? Schade, dass ich nicht aufnehm Sehr schade, dass sie nicht aufnehm Da bin ich einmal seit gefühlt 15 Runden oder so mal wieder Traitor Und dann denkt sich Marvin, kann ich da nicht? Ja, ich hab die in der Preparing-Phase noch geworfen Pass auf, das ist ja nicht der Frontschwurm 3 Sekunden oder sowas Ich muss damit rechnen, dass sie dann explodiert sind Ey, Steckdose, was soll das denn? Detektiv, meine Güte Heil mich FC Bar Opa da Ja, ja Wie drauf kommt das denn noch? Das glaubst du selber nicht Tesla Marvin Was? Ich treffe auch nichts Tesla Marvin? Nein, jetzt komm schon Lügenpresse 4 Waffen, ne? 4 Waffen, ich nehm 3 mal die Falze Ich konnte einfach nicht widerstehen Ich konnte einfach nicht widerstehen Backstein Was? Hey, wer hat denn hier gerade getötet? Ich glaub, jemand hat gesagt, ich konnte nicht widerstehen Ey, Psycho ist es Also hat Colin den Chee getötet Also hat Colin, Colin konnte Psycho ist es Psycho war genau da, wo der Schuss herkam Meine Frage wär jetzt Kann ich da widerstehen? Ich weiß, ich kann nicht da widerstehen Hallo Marvin Hallo Marvin Na Toppen Hi Okay Psycho, kannst du da widerstehen Oh nein, lass mich doch Ich bin jeder Wobei? Welche Waffe hat denn? Oh da, da hebt sie die beiden Traitor Die beiden Traitor? Ich hab vor mir meinen gequält Die beiden gleich? Junge, wir wissen durch, wie mein verfickter Meintur gekauft Na im Lügenpresse Ich hab dir zugesehen, wie du die gelegt hast Ich wollte dich zu sehen Alter Ich konnte einfach nicht widerstehen Ja, ich bin der letzte Überlebende Hey, hey, hey Du konntest einfach nicht widerstehen Der Druck hatte ich fertig gemacht, was Stecktose? Der Druck der einzige Überlebende zu sein Ja, ja Hatte ich nicht selbst überhaupt getrieben Ganz wichtig Ganz rechts, ganz rechts Ganz rechts Welche denn? Du hast Glück ist heute endlich Äh, ich hab da mal wieder Ich bin das Äh Boah, geil Vor meinen Augen stirbt jemand Mechus Tod In dem geschlossenen Raum Was ist los mit dir? Vor meinen Augen ist Mechus gestorben Ich hab ihn einfach nicht mehr stehen Den zu kaufen Komm, schlapp Ja Du, ich würd jetzt gerne umbringen Aber das wäre seltsam Backstein ist es Er ist durch eine Explosion gestorben Jo Du auch eine Der Warnsinger close indicate Explosion caused their end Aha Korn, ich bin Proven Sicher bist du es? Ja, ich bin ihn auch Er ist grad Proven Hier, Korn, ich brauche Heilung Äh, ich hab keine Punkte mehr Weil ich mein Best Verschläge gekauft habe Der war doch Tracer Du hast doch die Credits genommen Echt, hab ich das? Ah, hab ich sogar Hm Ah, guck mal, ich kenn mich aus Weil ich Tracer bin Boah Gott Du sprengst ihn auch selber hoch WTF Ja, das ist mein Ziel Ja, also ist es die Steckdose oder Zockerfreak, ne? Ich bin ein richtiger Dad Und ich bin grade bei Steckdose Also entweder ist er, ich oder Zockerfreak Vielleicht bin's ich Oder vielleicht bist es du Gib mir Heilung Ich spieg doch da Achso, noch, danke Jetzt brauchst du auch Heilung Steckdose Steckdose Ja, Steckdose könnte einfach nicht wieder stehen Torben ist vermutlich auch gestorben Wenn es ist Zockerfreak Korn Korn, Korn, Korn Kann er da wieder stehen? Warum? Mach's mal mit Guck, guck, guck Natschel, pass auf, was jetzt passiert Moment, 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 ich muss auch noch was heilen So, viel Glück Hopp, Moment Korn, 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 Korn Okay, alles klar. Hier gibt's nicht mehr was, so muss ich in den Prop verwandeln und trotzdem hau ich das so drauf rein. Boah, es klingt richtig. Was ist das denn für ein Error-Geräusch? Oh. Schnell das Portal rein! Oh, kratz, oh noch. Das kann nicht sein. Uiuiuiui, das war aber ein bisschen knapp. Könnt ihr den Matrix sehen? Ja. Das ergibt kein Wort, nein die Psycho. Bei mir hat Korn gar nicht geschossen. Bei mir auch nicht. Er läuft einfach so auf mich zu ohne zu schießen und ich bin auf einmal tot. Aber beim Ping, der war 10 mal so hoch ist wie unsere, da ist das nicht besonders. Mach ich absichtlich so. Ja, er macht extra Youtube und so alles im Hintergrund auf, damit er profitiert. Hä, und warum hab ich jetzt gesprayt? Hä, ich hab jetzt einfach die Fresse vom Poli hier reingesprayt. Wie? Wie? Baaah! Mach das weg! Wir müssen wieder die Augen ausfüllen. Mach das weg! Wir müssen wieder die Augen ausfüllen. Ich baue ne Waffe. Sehr gut. Ach ja, Zockerfreak. Du hattest ja vor dem einen Teleporter so ne meinen Teleporter hingelegt. Krass von der falschen Seite, oder? Warte, ich hatte jemand geschossen. Ich ärgere nicht. Hallo! Hallo! Und gerade der Moment, dem es explodiert. Hallo, wer ist am Apparat? Was hast du da gemacht? Mach mal knapp. Mach mal knapp. Mach mal knapp. Geil. Da wurde er wirklich geschossen. Du standst doch viel näher an dem Teleporter. Guck mal. Marvin hat 5 Nasenlöcher. Ich fühle das Power. Der hat sich wieder einen Baseballschläger gekauft, der DT. Ach jung. Oh, das Power. Miju. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr wie es geht. Kann er euch da widerstehen? Miju kann ich widerstehen. Miju kann ich widerstehen. Miju kann ich widerstehen. Achtung und. Widerstehen. Und. Marvin ist traiter. Nicht weitergelaufen. Er wird wieder Baseballschläger geschlagen. Jetzt war es gleich bumm. Ich glaube, das Rocksteinhaus ist... Guck mal, es ist 2 Pullis. Das ist so ruhig. Kann ich da widerstehen? Bitte, ja. Bitte, ja. Weißt du, ich mache einen Schuss, aber er wechselt trotzdem, er wechselt trotzdem alle Kugeln aus. Na alle? Ja, nochmal. Ja, die sind jetzt... Kann ich da widerstehen? Wirklich? Homerun! Wuuu! Leute, in Homerun! Juhu! Stimmt auch, wenn man dagegen läuft? Hilfe! Das Experiment! Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ok, wer ist alles draussen? Ich bin draussen. Jemand muss in der Mitte rauskommen. Ich lauf grad zur Mitte. Ah ja, warte. Vielleicht auch, aber ich glaub, der Hini ist schon lange weg. Oh, ich wurde von der Mellon angeschossen. Die wurde von der Mellon angeschossen. Ja, da hinten. Von wem denn? Keine Ahnung. Das kann er mir vorbeigelaufen. Da, der läuft grad weg. Psycho. 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 Der ist tot. Nein, nein. Nee, aber der Psycho ist hier gar nicht, hä? Der Psycho kam. Der ist grad vor mir meinen Augen so weggelaufen. Ja, ich war bei dir. Da ist Pinky bei mir. Der ist bei mir. Was laberst du? Wer ist denn beide zusammen? Traitor? Alter, wie viel Schaden macht denn der? Oh nein. Psycho? Wer war das jetzt? Ok, der Psycho? Nee, nee, ich wurde von Pinky. Nee, dann, dann ist es, dann ist es Torben. Nein, Psycho hat mich getötet. Das hat er mir nicht zurückgehört. Der Korn ist tot. Ja, Korn hab ich auch getötet. Achso, interessant. Ich hab mich nicht draufgekommen. Du bist mir auf die Nerven gegangen, meine Güte, ey. Ich wollte schon als Detektiv vertreten. Kannst du da widerstehen? Ich lauf gerade und bin direkt in Pinky's Messe. Ich konnte dich widerstehen. Da konnte ich echt nicht widerstehen, sorry. Da konnte ich nicht widerstehen. Oh, oh, oh. Da konnte ich nicht widerstehen. Oh, ich hab verfehlt. Hä? Alles klar. Ich hab gesagt, Psycho-Straitor, warum? Ja, ich hab doch auf ihn geschossen, hä? Nee, aber ich hab nicht immer gesagt, ja. Ich schätze, das Psycho-Straitor wäre toll, ja. Ich hab dich umerwartet. Ja, ich weiß. Ich hab auch gesehen, wie du die Nerven geschossen hast. Ich war lange nicht mehr Trader. Oh, 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 oh. Ich auch nicht. Und dann war ich mal Trader, dann war er und hab ihn weg. Was? 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 Bitte, was? Ich hab das Kork.